Aktuell zeigt RTL endlich die Sonderstaffel der Reality-Show, Ich bin ein Starr, holt mich hier raus. Unter dem Motto, Showdown der Legenden. Am 16. August startete das Sommer-Dschungelcamp auf RTL. 13 legendäre Kandidaten und Kandidatinnen werden dann bei Ekelprüfungen, Schlafentzug und Hunger um die Dschungelkrone kämpfen. 14. Legenden-Dschungelcamp ist bereits abgedreht. Allerdings sind die Dreharbeiten bereits abgeschlossen, weshalb die Zuschauer diesmal nicht entscheiden können, in welcher Reihenfolge die Stars die Show verlassen müssen. Ja, die Legenden müssen sich gegenseitig für den Auszug nominieren. Da ist weiterer Zoff vorprogrammiert, und den gab es auch. 15. Dschungelcamp. Georgina Fleur gegen Elena Miras. Auf Instagram erklärte Georgina Fleur in einem Post, Leider durfte ich euch einfach nichts davon erzählen. Und glaubt mir, es ist mir richtig schwer gefallen, nichts zu sagen. In einem Kommentar wurde sie dann konkreter. Fleur betonte, dass sie versucht habe, sich neutral zu verhalten, was ihr im Fall von Elena Miras allerdings nicht gelungen sei. 16. Elena Miras spricht über das Sommer-Dschungelcamp. Auch Elena Miras hat sich inzwischen zu ihrer Zeit in Südafrika geäußert. Auf Instagram erzählte sie, dass aus ihrer Perspektive sowohl Schlangen, als auch Clowns mit ihr in Südafrika gewesen seien. Sicherlich fällt Georgina Fleur für sie in eine der beiden Kategorien. 17. Legenden-Dschungelcamp im Sommer. Alle Infos. Hier erfahrt ihr alles zum Dschungelcamp der Legenden. 18. Dschungelcamp. Wo fanden die Dreharbeiten statt? RTL drehte die Spezialstaffel in Südafrika, wo das Camp auch 2021 während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde. 19. Dschungelcamp. Die Gagen. Laut Informationen der BILD bekamen die Teilnehmer 100.000 Euro Gage. Darüber hinaus winkt dem Sieger ein Preisgeld in gleicher Höhe. 20. Dschungelματα. Weltucker auf den Westen. 21. Dschungelcamp. Mal sehen uns das bien. 21. Dschungel Caufe. Untertitelung des ZDF, 2020